Der Witz des Tages kommt von der Frau Meier. Sie war beim Doktor, kommt nach Hause und sagt zu ihrem Mann, «Du Schatz, der Doktor hat mir gesagt, ich habe eine Thrombose, er will ihn fotografieren!» Der Mann ist gerade wütend geworden, das Telefon hat den Doktor angerufen und gesagt, was ihm eigentlich in Sinn kommt, das sei sexuelle Belästigung. Die Doktor hat gesagt, sie hat ihn falsch verstanden, er hat gesagt, sie hat eine Thrombose und er will operieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017